Servus Freunde und willkommen zurück mal wieder zu einem Stadion Vlog von mir. Ist ja schon ein bisschen länger her, dass der letzte kam. Und heute, der Tigerkäfig war der, die Bulldozer kommt vorbei, ja? Der ERC Red Bull München zu Gast in der Arena Nürnberger Versicherungen. Was gibt's geiler, das Freitag 19.30 Uhr Eishockey. Heute auch mit einem Special Trikot, das blende ich euch einmal hier ein. Was sagt ihr zu diesem Trikot? Ich find's mega geil, ist eine 10 vor 10 von mir. Wirklich, dieses, es ist so schlicht gehalten, finde ich. Und dann einfach diese drei roten Streifen, dieses NCP und dieses Rot-Weiß, dieses Nürnberg, dieses Watten, es passt einfach alles zu diesem Trikot. Ähm, zu dieser, ja, ist ja auch ein Retro Trikot. Es passt doch irgendwie zu dieser Weihnachtszeit jetzt ein bisschen, wie ich finde, ja? Gönnt's euch auf jeden Fall. Ja, ich werd's mir jetzt nicht holen, weil ich hab ja schon ein Trikot. Und da jedes Mal Geld für ein Trikot hinzulegen, macht jetzt keinen Sinn. Aber wenn, ist eine sehr, sehr gute Empfehlung. Und da jedes Mal Geld für ein Trikot. und da jedes Mal Geld für ein Trikot. Dann kommt die Mannschaft in Nürnberg! Allt's bei! Allt's? Und den Sportplatz in der Neuschreis aufgeliefert! Guti! Im Tor, das hat nur vor 31, Niklas! Holme! Und der Becker mit der 72, Leon! Holme! 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 Heute mit der 72 aufgeliefert! Max! Holme! Mit der 23, Oli! Lino! Mit der 24, Markus! Lino! Und der 55, Blaine! Holme! Mit der 71, wir feiern! Lino! Lino! Und der 82, Heide! Lino! Lino! Mit der 8, Heide! Lino! Lino! Und der 9, Uwe! Lino! Und der Kapitän mit der 17, Heide! Lino! Und der 9, Tim! Lino! Lino! Mit der 21, Maxi! Lino! Unsere 29, Luma! Siehör free! Mit der 25, Daniel! Harvard! Unsereautre 16, Dennis! ローブ! Mit der 73, Lauren! Lieve! Unsere 44 gegen! Mit dem 0-80! Mit dem 0-80! Und mit dem 0-80! Wir sind hier! Unsere Hälfte um 4-0! Wir sind hier! Und der Kunde einer Manuel! Wir sind hier! Wir sind hier! Vielen Dank. Tor München, Powerplay-Treffer. Tor München, Powerplay-Treffer. Tor München. Wir haben gut angefangen. Wir haben stark abgelassen. Es ist ein sehr, sehr bitteres 0-1. Nichtsdestotrotz weiterkämpfen, auf geht's. Zweites Drittel in Nürnberg. Tor für München. Ah, Jungs, das gibt's nicht. Schaut's euch an. Hau mir doch einfach nur ab. Was sind das für Drextore? Hier, da. Schaut's euch an. Was sind solche Drextore? Lächerlich. Egal, weitermachen, weitermachen, hopp, weitermachen. Wir sind besser, wir sind viel besser als die. Schaut's euch an. Aaaaaaah! Jaaaaaaah! Ja! Geil! Oh! Geil! 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 Das war richtig geil gespielt. Oh mein Gott, wie geil ist das gespielt und geil voll in den Patrick Reimer. Das Tor 1 zu 2. Das Tor 1 zu 2. Zu viel, viel zu viel, Scheißwein! Hau mir ab, Alter! Ey, was wir uns wieder für Tore fangen, Tor, München 1-3. Leck mich am Arsch, ey, leck mich am Arsch. Einfach nur noch schlimm. Das klaut selber nicht, Alter. Das ist so schlimm, Alter. Ein paar Meter. Ein paar Meter. Ja. 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 Ich bin wieder zurück am Erlanger Bahnhof. Ich habe mir jetzt hier noch ein ruhiges Plätzchen gesucht, um dieses Video zu beenden. Wir wissen alle, dass das nicht nötig war, diese Niederlage 1-4. Wir waren sehr gut dabei, haben sehr gut mitgehalten. Ich bin nicht unglücklich. Aber was willst du machen? Gegen München kannst du schon mal 1-4 verlieren. Ja, macht den Jungs auch keiner irgendwie jetzt hier einen Vorwurf. Wir sollen jetzt einfach hier Mund abputzen. Dann Augsburg, Ingolstadt, Wolfsburg. Das sind doch eigentlich Gegner, die wir auch mal schlagen können. Ähm, ich würde einfach sagen, am Ende ist es ein verdienter Sieg für mich. Auf Kopf hoch Nürnberger. Wir sind die Ice Tigers. Wir kämpfen bis zum Ende. Bis zum nächsten Mal. Haut's rein. Peace out.